Spiegel! Mad Hatter hat eine Verabschung nahe der Merchantsbrücke. Die Siren sollte mich in die exaktere Beine führen. Auch einen ordentlichen Anlauf hier. Ich glaube, wir brauchen noch einen kleinen Schub. Challenges gibt es immer noch. Der Arkham Knight ist irgendwie hier schon längst Geschichte. Oh, ich höre es, ich höre es. Wir müssen uns eindeutig hier in einem weiteren Umkreis umsehen, weil... Ah! Schon entdeckt! Ungefährer letzte bekannte Position. Irgendwie gefällt mir das nicht. Der macht das viel zu einfach, die ständig zu retten. Aber naja, mal sehen, was der hier für einen Namen hat. Vielleicht Mr. Rabbit? Ja, war klar. Gut. Dann retten wir mal unseren dritten. Auch dieses System zum Entschärfen dieses Sprengsatzes finde ich sehr schön gemacht. Ist gut, dass sie sich noch mal was Neues haben einfallen lassen. Oh, oh. Hopp, hopp, hopp. Ah! Ich bin ja verflucht. Das wird immer schwerer hier. Ok. Ah, ich bin doch doof. Nur nach oben und unten bewegen, nicht seitwärts. Ist ja gelb. Die rechte Seite ganz runter kam jetzt. Ok. Phew. Angststoff. Oh. Oh. Scheiße. Oh. 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bad Pun, Cash, Bad Pun. Gut, Tetch. Wollen wir dich mal einbuchten und hier ein paar Knochen brechen, damit du die mit der Sprache Okay, rausröchst. Sgt. Okay, das hat jetzt namentlich keinen wirklichen Sinn gehabt, aber... Nicht in den Chopper reinfliegen. Äh, Scheiße. Boah, hier ist der Start. In der Macke, oder was? Okay, so geht's nicht. Er hat nur wieder in Weiß. Das sieht irgendwie nicht sehr schön aus, aber na gut. Das andere wurde ja vom Barakentinein kaputt gemacht. So. Tetsch. Rück mit der Sprache raus, oder ich brech dir beide Arme. Und beide Beine. Ja, die Regel lautet, nicht töten. Wenn man beide Arme und beide Beine bricht, lebt er ja schließlich noch. Sofern man das noch Leben nennen kann, dann. Aber was soll's. Ich hab jetzt schon fast damit gerechnet, hier drin sowas wie ein Wunderland zu sehen, aber... Mal sehen. Du hast getötet, aber dein Tallye der Tod ist nichts, als ob die Millionen, die Gott hat für die feiersten Bitt. Meine Seele braucht nicht einen Schäden, Preacher, Mann. Ich habe sie in der Wall eine Zeit lang. Kennt ich noch einen. Yours truly, nämlich. Oh, ich dachte schon. Ich dachte jetzt, die wären hier irgendwie K.O. oder tot. So, Mr. Tetch. Scheiße. Tell me! There's no joke, no joke. Control your rage. The answer is there. Just turn the page. Okay. Ist der ständig reibend? Ein bisschen Entdeckung. Oh. Das ist ja mal gut. The Asylum? Nein! Down the rabbit hole you fall Das habe ich mir schon fast gedacht. Das Buch. Das Buch ist mit seinen Drogen voll. Oh. Na toll. So eine Scheiße. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, Leute. Bin sofort wieder da. So, da bin ich wieder. Und schon geht's weiter. Na, lass mich los, Mann. Und wenn du ever willst, diese verrückte Welt in deinem Habit, all you have to do ist, den white rabbit. Welche Typen hat der jetzt hier? White rabbit. Ja, aber es ist ja eigentlich klar, dass du zwar immer die übelsten Pläne ausheckst, aber dann immer noch nur solche komischen Thugs auf mich hetzt. Oh, verflucht. Das sind wirklich solche Archim-Insassen aus dem ersten Arkham Asylum. Was der sogar sind für Humor. Tetsch. Großer Gott. Der hat echt Arkham Asylum in Papierform hier geschaffen. Hey, den Spruch kenne ich. Hey, alles klar mit dir, Kumpel? Siehst nämlich nicht so aus. Oh, scheiße. Ekelhaft. Der hat umgeblättert. Geht's Sionis Industries? Ja, stimmt. Der lässt hier alles nochmal aufleben. Das ist ja schön. Nicht schön, dass die mir auf die Schnauze hauen wollen. Langsam ist die Fresse dick hier. Da war die Geisel. Vergiss es gleich mal mit diesem Scheiß Schild hier. Und knackt's. Das sind Tiger-Wachen, oder? Ich sehe das erst jetzt so richtig darauf konzentriert, die Platz zu machen, als die Augen schein zu nehmen. Vor allem... Boah, der sieht uns hier noch direkt über die Schulter. Ekelhaft. Ich glaube nicht. Wir haben noch Arkham Origins. Okay, die haben das hier richtig gut hingekriegt. Arkham Knight. Okay. Die Seite fehlt noch. The story twists and turns. The final chapter where we'll find the palace lost me in the back. Ach. Woa. Ein Riddler-Informant. Was will der? Ah, das ist da. Blast ihn als letztes übrig. Ach, das ist die Geise, die hier in Wun leuchtet. Mensch. Ich bin mir nicht mental heute ein bisschen langsam. Keine Messerarbeit. So. Ja. Echt der Hammer. Wo ist der hin? Ah. Mr. Tetch. Was hast du schon wieder gemacht, hä? So, und jetzt ab in deine Zelle. Klappe zu. Oh, Alice. No, this can't be our end. There's tea for two. We can still be friends. Bilderbuchenden. Mann, oh Mann. Also mit dem... bei Terta schon allein haben sie sich gut was ausgedacht. Und es sind noch drei weitere. Der ist sogar in die Zelle ganz links gekommen. Nicht schlecht. Wer kommt hier rein? Freeze, oder? Ist erstmal egal, wer hier wo reinkommt. Hier weiß ich, dass Killer Croc reinkommt. Okay. Reden wir nochmal mit ihm. Du hast die Polis-Siren benutzt, um uns zu hypnotieren. Ich will wissen, wie. Nein, 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 nein. A magician can't reveal his tricks. I'll keep you guessing just for kicks. Why not brew some tea and snuggle up in here with me? You need help, Jervis. If you want to help, then why so callous? Join me, Batman. Be my Alice. Oh, Mann. Seht ihr? Wenn wir jetzt noch den Joker bei uns hätten, hätte der vielleicht noch seinen Senf dazu gegeben, aber leider ist er schon weg. Gut. Die Sache mit dem Mad Hatter ist damit abgeschlossen. Tatsächlich sein Bilderbuch, die Masken. Oh, Mann. Kasch, lass das Gereime sein. Interview Nummer 2. Also, naja, alles klar. Aufnahme abspielen? Ah, hier. Ist immer interessant. Tee party's over, creep. Start talking. As you can see, I'm walking. Bring the Batman on the Hattery's walking. I give the orders here, not you. And you'll have three dead cops by the time I'm through. We'll be about that. Now quit with the rhymes. Then let me talk to the bats. Then I'll confess my crime. Okay. Oh, Goddammit. Now, now, officer. You must take me for a flick. Where are they, you little son of a bitch? Ha, 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 ha. That's certainly tracked by it. Tee. Noch mehr? Ne, dasselbe noch mal. Okay. Noch drei Stück. Auf Mr. Freeze bin ich irgendwie am meisten gespannt. Ross Al Ghul eigentlich nur, wer ihn wieder wiederbelebt hat nach den Ereignissen von Arkham City. Aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Er landet im Bau, so oder so. Gut, Leute. Oh, unser Wagen steht noch da. Und in der nächsten Folge hier werde ich einen Cut machen. Weiß ich noch nicht, wen wir da übernehmen. Ich glaube, Mr. Freeze spare ich mir für den Schluss auf. Wie sieht's hier aus? Hier ist, okay, hier ist alles fertig. Vielleicht Killer Croc. Das abgestürzte Luftschiff in der Bucht. Gut, Leute. Wie gesagt, hier kommt der Cut und in der nächsten Folge kümmern wir uns um Killer Croc. Bis dahin. Tata. 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 Bis zum nächsten Mal.